Was ist dein Hobby? Karate. Was ist dein Lieblingsessen? Lasagne. Was ist dein Hobby? Karate. Was ist dein Lieblingsessen? Pommes. Was ist dein Hobby? Karate. Was ist dein Lieblingsessen? Nudeln. Was ist dein Hobby? Karate. Was ist dein Lieblingsessen? Spaghetti. Was ist dein Hobby? Lesen. Ich tue gerne Lesen, Schwimmen, Schreiben, Kino gehen, Shoppen und mit Freunden sein. Was ist dein Lieblingsessen? Pizza, Kartoffelpüree und gebackene Champignons. Wandern. Was ist dein Lieblingsessen? Pizza und Burger. Also ich bin bei der Feuerwehrjugend und ich klettere. Was ist dein Lieblingsessen? Spaghetti. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Chudder. Und was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Was ist dein Hobby? Weiß ich nicht. Was ist dein Lieblingsessen? Hab ich nicht. Was ist dein Hobby? Ähm, Karate. Was ist dein Lieblingsessen? Spaghetti. Was ist dein Hobby? Ähm, Fußballspielen. Was ist dein Lieblingsessen? Schnitzel. Was ist dein Hobby? Karate. Was ist dein Lieblingsessen? Ähm, Döner, Kebab. Hallo, was ist dein Lieblings-Hobby? Fußball. Was ist dein Lieblingsessen? Spaghetti mit Polonaise. Hallo, was ist dein Lieblings-Hobby? Reiten und Schauspiel. Was ist dein Lieblingsessen? Pizza. Was ist dein Lieblings-Hobby? Snowboarden. Was ist dein Lieblingsessen? Ähm, Pizza. Was ist dein Lieblings-Hobby? Mein Hobby ist Origami-Fold. Was ist dein Lieblingsessen? Eigentlich wie eine Schnitzel. Hallo, was ist dein Lieblings-Hobby? Also, ich spiele gern Eishockey und ich turn auch gern. Und was ist dein Lieblingsessen? Also, ich esse Geld bei Lottin. Was ist dein Lieblings-Hobby? Schimmen. Und was ist dein Lieblingsessen? Äh, ist schwer. Vieles. Okay. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.